Auch in diesem Jahr trafen der SCA Alltag und der FC Luzern in der Sommervorbereitung aufeinander. Bereits letzten Sommer fand ein freundschaftliches Kräftemessen in Schrunz statt. Erneut konnten die Schweizer als Sieger vom Platz gehen. Dabei startete der SCA munter in die Partie. Sechste Minute, Jan Jocic setzte sich gut auf der rechten Seite durch. Mike Bäre leitete weiter auf Atenuio. Seinem erfolgreichen Abschluss stand allerdings der Rücken von Lukas Fadinger im Weg. Auf der Gegenseite wurde Luzern erstmals in Form von Teddy Oku gefährlich. Stojanovic auf dem Posten. Glück hatten die Alter in Minute elf. Guggenick legte zuerst unfreiwillig für Abu Bakr vor. Der Verteidiger machte aber prompt seinen Fehler wieder gut. Die gut 500 Zuschauer erlebten eine spielerisch ansehnliche erste Halbzeit. Mike Bäre mit der nächsten Aktion für die Vorarlberger. Nach der kurzen Trinkpause wären die Alter beinahe in Führung gegangen. Konstantin Reiner kam nach eigenem Kopfball erneut zum Abschluss. Die Luzerner blockten aber gleich zweimal. Auch der Abschluss von Gebauer fand kein Durchkommen. Selbes galt für die Box der Altaha. Meier zog in den Strafraum rein. Über Abu Bakr gelangte die Kugel zu Tjada. Aber Stojanovic zeigte erneut, dass er ein guter ist auf der Linie. Die letzte Aktion in Halbzeit eins gehörte wieder den Rheindörflern. Lukas Jäger zielte aber zu hoch. Torlos ging es in die Kabinen. Mit verändertem Personal kamen die Teams zurück. Die völlig neu formierte Luzern-Elf fand besser hinein. Nach einem langen Ball fand sich die Altaha-Defensive plötzlich unsortiert wieder vor. Villiga markierte nach zwei Minuten nach wieder am Pfiff das 0 zu 1. Im zweiten Durchgang war weniger Tempo drinnen als noch vor dem Seitenwechsel. Die Rückkehr von Domi Reiter sollte das allerdings ändern. Zum ersten Mal stand der 25-Jährige nach seiner Kreuzbandverletzung wieder in einem Spiel auf dem Platz. Mit ihm kamen auch Jurica Jocic und Damian Maximovic, welcher Sekunden nach der Einwechslung hier eigentlich den Ausgleich erzielen hätte müssen. Der junge Angreifer traf den Ball allerdings nicht voll. 20 Minuten vor dem Ende zeigte unsere Nummer 10, dass er kein bisschen langsamer geworden ist. Santos zog am Ende aus der Drehung ab. Der Abschluss verfehlte sein Ziel. Den Weg ins Tor sollte im Anschluss ein Kopfball von Villiga finden. Nach einer Flanke stand das Luzerner Eigengewächs ganz frei am langen Pfosten und traf zu 0 zu 2. Ein klares Foulspiel an Stojanovic blieb vom Schiedsrichtergespann unentdeckt. Altach bemühte sich weiterhin und kam nach dieser tollen Einzelleistung von Jurica Jocic zur nächsten Abschlussgelegenheit. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Kurz vor Ende stand da noch zweimal Lukas Kukernik im Fokus. Erst klärte er eine Hereingabe zum Glück nur an den eigenen Pfosten. Kurz darauf bewies der Defensivmann seine Stärke im Tackling. Am Ergebnis sollte sich aber nichts mehr ändern. Trotz der Niederlage zeigte der SCR Altach eine ansprechende Leistung. Diese Woche gehen die Testspieltage bereits weiter. Am Mittwoch treffen wir auf den FC Homburg. Am Samstag gastiert der FC Aarau in der Cashpoint Arena. 0 zu 2 gegen Luzern. Ich denke trotzdem eine gute Leistung. Wir haben gezeigt, dass wir im Tor heute nicht hinhauen wollen. Aber sei es drum, wie ein Stuhlspiel geworden sind. Ja, ähnlich. Ich sage mal, wir haben ein paar Minuten gebraucht, bis wir trainiert waren. Das war klar nach den intensiven Trainingstage. Aber die Mannschaft ist super gefahren. Da hat sich schon sehr viel von dem umgesetzt, das wir sehen wollen. Wir haben noch sehr viel Luft nach oben. Vor allem was das Spiel mit Ball betrifft und was das Umschrittspiel betrifft. Da haben wir sehr viel liegen gelassen, aber Luzern war ein richtig guter Gegner. Und ja, das haben wir gut gemacht. Auch in der zweiten Halbzeit. Zwei Mal unaufmerksam gewesen. Die haben das dann ausgenutzt, aber trotzdem sind wir mit beiden Halbzeiten und mit allen Spielern sehr zufrieden. Ja, es war ein bisschen ein Besonderes. Wie du sagst, zehn Monate war eine lange Zeit und es ist sicher nicht selbstverständlich, dass ich jetzt wieder so dastehe. Ich habe extrem viel investiert die letzten Monate und es ist ein bisschen ein besonderer Moment heute.